Insgesamt harmonisch oder gibt's oft mal den Ausdruck Kacke? Zwischen uns zwei jetzt oder bei der Musik? Ja, also wir haben über die Jahre jetzt eigentlich einen Humor entwickelt, dass man, auch wenn wir nicht einer Meinung sind, das höchstens 10 Minuten dauert, bis wir wieder drüber lachen können. Also, es gibt ja ein krasses Thema. Also, es glaubt irgendwie bei uns nicht, wir sind zu schwach, glaube ich. Wir wissen nicht, ob's mit unmännlich zu tun hat.